hallo und herzlich willkommen zur dritten folge von south park the fractured butthole zusammen mit scordi hallo was ist da oben haben keine schusswaffe wenn leidung verdammt ich glaube nichts wo wir bewegen können oder kannst du den hocker verschieben schade aber dann mach den rucksack auf warte mal wir haben doch letztes herausgefunden wie es geht was jetzt verdammt stand das letzte mal da schiff also jetzt können wir einfach so sehr viel wochen was schiff also nehmen wir haben jetzt mit dem jungen wir können doch wir können das handy öffnen und und verstanden wir haben doch am ende der letzten folge das handy geöffnet ah zeigt den fortschritt auf deinem superhelpen abenteuer an macht die titel um den karatenbogen weiter auszubringen außerdem erhältst du doch vip und der kuhn legt dir eine belohnung in die spielzeugkiste in deinem schlafzimmer wie kommt er in mein zimmer sammle vier kuhn instagram follower um dir den nächsten titel zu verdienen was kann man sonst was wir machen im handy wir können die kunstplan auch eröffnen crafting mehr können wir noch nicht wirklich machen inventar ja missionsgegenstände komponenten kostüme ooooh oha ja ne wir müssen nicht so bleiben das sind halt so die standen haben wir einen anzug bekommen ich weiß es nicht mehr war es nicht dieser zuhälter anzug ja ja am anfang müssen wir noch so bleiben das hat ja alles nichts im zugehalt zu tun ich muss schauen was wir so haben naja die dummen brillen alter da ist ein monocle da war ein monocle wo ist die vorschau digger oder geht das nicht? das geht wahrscheinlich nicht weil wir schon eine brille auf haben ja k Schade. Sollten wir diese Brille jemals abnehmen können? Warum, warum, warum... Ich schwör, wenn jetzt in diesem Game kein Genghis Bar... Genghis Kahn anbord kommt, Alter. Das sind wir schon sehr... ...belastend. Wir können nicht mal eine Narbe machen, Alter. Was ist denn mit uns? Wir wissen nicht mehr dasselbe. Ne. Neue Kind. Es sieht aus, wie du am Ende unseres Univeres erreicht hast. Überall sind die Grenzen der Zeit und der Zeit. Was? Kannst du mit M die Karte öffnen? Nein. Irgendwie kannst du die Karte öffnen. Mit M ja. Nicht mehr wie. Aber es geht nicht, leider. Mein Gott. Hey, du, du, hey, hey! Hey, Mann. Willst du ein Selfie machen? Kann ich rein suchen? Äh. Gar nicht. Oder Pfeiltasten. Ja, kann ich nicht. Das ist ein gutes Bild. Perfekt. Können wir da noch einen Filter drauflegen? Oh. Jawoll. Was haben wir denn hier? Haha, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Haben wir das jetzt hochgeladen? Oder... Hausarrest-Selfie. Kunsterbild. Folge mir. Gesendet. Like. Hi, Siolo. Kunstergut. Zurückgefallen. Loll. Wir haben nicht mal... Wir kriegen nicht mal ein Likes. Ah, hier können wir die Nachrichten anschauen. Danke, dass du in mein Gefahren-Eck-Projekt investiert hast. Und jetzt springe auf den DLC-Bus auf und probier's aus, wenn du dich traust. Wir haben nur Spaß, aber schwer ist es schon. Okay. Wir haben... Wait, wir haben acht Verlore? Ich wollte auch kurz sagen, wo kommen die hier her? Hä? Vollzeit neuesten. Okay. Okay, nice. Alles zu suchen. Einfach kurz mal ein Haus plündern. clean. Must clean the place in the glasses. So dirty. So, so dirty. Ähm. Geht's Ihnen gut? Ja komm, wir müssen das nicht mit jedem Boot machen. Ja, je mehr das alle, die bei uns auf dem Bild sind, folgen wir uns. Was? Jetzt haben wir... Nee, aber er fährt... Nee, da müssen wir schon mit dem Selfie machen. Ah, die ist da auf. Das geht doch. Und ich. Okay. Die Mission ist wieder da. Doppelkinn? Here we go again. Ich bin Chinggis Khan-Boat, Digga. Okay. Boah, bin ich gut. Schwester, try. Boah, bin ich gut. Schwester, try. Statt. Können wir nicht sich überhaupt gedrückt haben? Rorita. Ich muss schon drücken. Ich muss schon... Naja, ich glaub's muss. Du durcheinander abgast, ey? Aber gedrückt. Ne, gedrückt macht er nix. Ich glaub du musst abwechselnd S unten und D rechts. Ja, okay. Hä? Ja, nix. Ausschütteln. Also abwechseln. Ach so. Ah, ist das Bullshit. Jetzt. Jetzt gedrückt, toll. Ne, oder? Schon durcheinander. Also. Unabwechselnd eigentlich, ja. So. Jetzt. Hä? Ne, 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 ne. Das, das gefällt mir jetzt gerade. Überhaupt nicht. Oh. Oh. Du sagst, was du jetzt gedrückt hatten... ...ă. Hä? Jetzt... Oh. Ich weiß nicht, was er von mir will, ne? Häh? Äh, ich muss leider jetzt essen. Ja, ja, ich will. Ich muss jetzt für die Folge alleine lassen. Ich versuch das hier mal weiter. Ja, Spaß und Glück. Danke. Das muss es jetzt gewesen sein, Leute, komm. Ja, geht doch. Let's go. Geh. Blöden wir mal weiter. Hä? Okay, da kann ich nichts machen. Römschäße. Bibel mit monogramm Schrotz. Schön. Was kann ich da oben machen? Noch nichts. Das ist gesperrt. Kann ich auch nicht kaputt machen. Okay. Gut. Auf in die Welt. Ja, schon von dem war gesperrt. Hey, dude. Oh, aber King ist zurück. Ja, let's go. Ich will die Frau mitnehmen. Perfekt. Thanks, dude. Komm. Komm schon. Dort, du bist zentwöcher. Auf in die Welt, du bist schon da. Ich bin gespannt, ob man da noch alles machen kann. Dann, ich kann mich nichts bewegen, oder? Nee. Sorry, Bro. Hey, you got it open. You're the real deal, little superhero. Ich nehme jede Gelegenheit. Was ist mit dir? Hey, you got it open. Wie sieht es denn gerade auf Google Instagram? Ah, 27 Follower! Let's go! Final Fantasy, ähm... Gravimetrische Verzerrung, Maximalwarp Geschwindigkeit. Alright. You're the real deal, little superhero! Ach so, warte. Wait. Ist das mein aus? Ich weiß nicht mehr. Oh, lol. Deswegen sind doch die ganzen Jim-Pokemons in dem Ding. Okay. Können zu wissen. Jetzt muss ich bloß selber schauen, wie es mit der Witzel aussieht. Hä? Was hat's gerade mir jetzt gesagt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay? Also, jetzt willst du auf einmal. Mein Gott. Äh, warte. Ich muss das mit dir selbst machen. Ich muss das mit dir selbst machen, wenn du mehr Followern hast, okay? Äh? Ich kann nicht in einem Foto mit jemandem mit so vielen Followern sein. Entschuldigung. Ich habe das mit dir selbst gemacht. Ich werde mit dir selbst machen, wenn du mehr Followern hast, okay? Ah! Ey! Wie und 30 Followern? Mit wem muss ich denn...? Muss ich mit jede einzelne Person? Kann sein. Ich teste das jetzt einfach mal mit ihr hier. So, so, hallo. Komm. 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 Ich warte. Echt? Warum machst du es nicht mehr? Perfekt. Das wollte ich sehen. Ruch damit. Ciao. Ich akzeptiere mich. Ich zeige euch, wenn ihr mehr Follower habt, okay? Awww. Das Kind muss bei Hause haben. Äh. Sie kennen mich gar nicht. Wir fahren doch vorher in einem Bild. Alter, was willst du denn für mich? Ich zeige euch, wenn ihr mehr Follower habt, okay? Wie viele haben wir denn? Ich zeige euch. 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 Hey, du hast es öffnet. Du bist das richtige Problem, kleine Superhero. Ah. 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 Müsst du vielleicht nochmal zu Cartman? Kann es das sein? Was sagt er nun? Okay. Ah. Das sind die kamen nicht. Ah. Ich zeige euch. Das ist ja so sehr. Ah. Das ist ja so. Das ist ja so. Oh. Das ist ja so. Oh. Das ist ja so. Du, Mom. Dudes. Äh, warum ist ein neuer Kind in meinem Raum? Ich bin beschäftigt. Geh so viele Followern wie du kannst auf Kustogramm und vielleicht werden wir dich mit uns spielen lassen. Okay. Ich verstehe, ja. Aber ich verstehe gar nicht, was ich machen muss. Leute, wo sind die Leute hin? Kann ich rein theoretisch da jetzt nach oben und die Kiste luden? Kriegerstreifen. Uh. Freemans Tacos. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Ich will jetzt einfach bloß testen, wie der... Nö, das war's nicht. Was sagen die denn jetzt? No way, I can't take a selfie with a nobody like you. Look, I only selfie with popular people. Okay. Warum stehst du immer noch hier? Hey, you got it open. I'll selfie with you, when you have more followers, okay? Lass mich hier raus. Okay, ich bin ein wenig verwirrt. Schauen Sie mal. Mein Vater komme ich ja nicht rein, ne? Ah, jetzt kann ich hier rein. Nice. So, hier waren wir ja eh schon. Dann haben wir trotzdem jetzt mal leer. Das ist ja mein eigenes... Wo ist denn unser Vater hin? Geh weg, sweetie. Ich bin ein kleiner Bastard. Ich mach mich davon. Ich bin ein kleiner Bastard. Ich mach mich davon. Ja. Okay. Unser Vater ist ohne, dass wir es gemerkt haben, hat er sich einfach verzogen. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal interessant. Charakterbogen. Ja. Mit welch... Das sind die vier da draußen, oder? Aber wie? 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 Ja. Wie? 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 Morgen um 18 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.